Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich, nicht ich, sondern es ist Montagmorgen. Morgen fahre ich erstmal rüber nach Oftersheim bei Heidelberg, dort lade ich unseren 926 kompakt und der geht dann rüber nach Eltville am Rhein. Dann wird der ganze Morgen weg sein, denke ich mal. Es gibt einen ordentlichen Ritt. Es ist dunkel hier drin, kann man mich sehen überhaupt. Ja, danach weiß ich nicht, es hängt noch eine Mulde am schwarzen Brett, die soll noch heute Morgen gefahren werden. Vielleicht mache ich das, vielleicht macht das der Kollege. Keine Ahnung, sehen wir dann. So, hier sind die Baustellen-Schilder, hier muss der gleich stehen. Oh, Alter. Hat man das gehört eben? Hat der den Gang durch innen drin gescherbelt heute. So, ich stelle mich einfach mal daneben hin, machen wir mal den Zaun weg. Ah ja. So, ich werde jetzt hier draußen noch mal halten kurz. Ich werde hier einfach die rechte Seite noch mal abkehren etwas. Bis jetzt halt nicht schön, aber was soll ich machen sonst? Es geht nicht alles. Hier kann jeder vorbei und ich kann den Dreck hier nebenher runterkehren. So, da mache ich gerade das Schild weg mit dem Spiegel, ne? Komm vorbei. Den Bagger hatte ich dann in Eltville-Martinstal abgeladen, habe leider keine Aufnahmen davon. Ging alles ruckzuck, war auch wieder mitten auf der Straße. Wir mussten dann auch quer vom Tiefleiter herunterfahren, musste halt alles etwas schnell gehen. Jetzt rolle ich hier gerade in Mainz an die Rheinallee 124. Da lade ich jetzt unseren Long Reach. Naja, da habe ich beinahe ins Tour mitgenommen. So, da hinten steht das Teil. Ich bin gespannt, ob er sauber ist. Echt gespannt, ob der sauber ist. Ob der noch anspringt überhaupt. Sieht halbwegs sauber aus. So, geil hier, oder? Halt, ich muss ja echt ausziehen. Muss ja echt ausziehen. Das macht man sich besser auf dem Asphalt, als wir hier auf dem unebenen Schotter. Dann geht's aus. Dann kommt der von Sperter. Rund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup Gute Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bisher sieht es gut aus. So. 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 Ah ja. Hallo, ich bin schon wieder weg. Alter, ich bin heute ich bin voll durch den Wind. Ich bin voll durch den Wind. Ich habe jetzt diese Raupe, eine PR716 habe ich geladen. An unsere PR716 ist der Kettenspanner defekt und wie so oft kein Ersatzteil lieferbar. Wenn das passt, wenn das stimmt, was ich da gehört habe. Ich habe jetzt 3 Stunden und 50 Fahrzeit. Falls noch bis auf den nächsten Parkplatz dann werde ich stehen bleiben müssen. dann rüber nach Reilerbach mal gucken. Vielleicht schaffe ich es dann noch, dass ich heute noch den Brecher vorlade. der dann morgen früh in die Sperr geht auch nach hier. Sollte ich ja heute schon fahren. Aber mach halt sonst. So. Ich war heute faul, was Filmen angeht. Ich freue mich schon wieder. Ja, ich war gerade Solo an der Tankstelle. Habe alle wieder getankt. Hier auch nicht. 60 wieder, glaube ich, waren es. Bin auch noch nicht voll. Jetzt fahre ich hierher. Jetzt hänge ich mal der Vierachse drauf. Drauf. Dann werden wir gleich sehen. Ich stehe hier vorne unser Wigelnagel Neuer L566. Den nehme ich mit morgen früh runter nach Rockenhausen. Entschuldigung. Und dort lade ich dann auch den Brecher. Und blitzt. Und blitzt. Ich glaube es blitzt. Da rechts. Und wie das Teil instelle ich jetzt noch drauf. Ich ziehe jetzt erst ein Stück aus. Dass ich gleich alles fertig habe für den Brecherwagen. Und dann fliege ich ab. Dann fahre ich den Radlager drauf. Ich ziehe jetzt noch los clientes auf. Es kannszeichen montrer nicht nur noch er aussue und nicht nur mehr stjor. Dürug hin potatoesます. Und dann unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020